Oh, wo ist nacht geworden? Ja und wir müssen ähm... Der 200 Meter wird sich verarschen. Clickbait? Neue neben Chris. Hey, die waren wir doch schon. Ey, ist die da? Hallo? Wie geht's? Ja! Oh! Was bin ich denn hier? Oben. Hey. Was passiert? Was machst du? Wieso Zeit gibt er gerade? Wieso Zeit gibt er gerade? Wieso? Wieso? Die waren ja schonmal. Wäre so dumm, dass die wieder spawnen, ne? Ziegenstall. Aber warte mal, wo ist denn jetzt die eine Quest? Das hier. Auf dem Dach des Ziegenstalls. Nichts wie hin. Hier. Das hier. Nichts wie schieb. Ich habe meine Schwarz wie andere Normie. 2,5 Meter. Hey Superfan. Es ist Zeit. Ich dachte, alle meine Followerinnen waren Bot. Also, wo ist der Ritel? Für den Jett, Schraub, Jetpack? Sorry, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich bin Amanda Stiles. L.A.'s Top Trending Girl in the Juicy Flesh. Aber... Oh fuck! You didn't see my video? I thought it uploaded for sure this time. So, all these explosions and fun, you're filming it? Yep. Catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send into choppers to save our butts from Hell A. Oh man, common bel-air delusion. Great! That's just great. Right? Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit! Idea! We collaborate! We lure suckers up here, you finish them off Amanda style, and I get crystal clear shots. Oh no. Why not? I've done worse this week. Then let's fucking go! Blast some tunes and knock any loser that shows up off the motherfucking roof! Let them bodies hit the floor! And no swearing in the first minute. I'm already on two strikes. Dreh the music. Oh no, he doesn't have the music on. I thought we can just one or two here lock. But... Do you do it right? Over-treibing directly. Fine! Die kommen die aus dem Nichts, ne? Das hier voll. Ey, ey, ey. Es geht so schnell hier. Können wir auch eigentlich mittlerweile verkaufen, ne? Mal müssen wir die abrufen, aber bei mir geht das bei der gar nicht so richtig gut. Hm. Hoi! Oh, der nicht? Ich habe eine schreckliche Überraschung für meinen Zombie-Gonstick. Patent, Patent. Oh, das war's. Was ist, Armada? Es ist dein Captain, Amanda Stiles. Back at it again, and yo! You do not want to miss this one. No, you freaking joke. The Zombie-pocalypse have arrived in Hellay, California. And you know, 8000 km, so much too perfect. Here we go. Best foot forward, Jay. I know this seems like another elaborate prank, but come on. This would be a weird flex in my budget, don't you think? Oh, nein. I'm so sorry. I'm fine. Was I also saying? What should I say? Uh. Uh, wie komme ich jetzt wieder hoch? Waaaah! Waaaah! Die ist ja... ...richtig... ...nuss vorgeln. Hier kam die wieder rein. Fuck. 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 Zaaack. Hm. 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 Fuck. Boah, ohhh... Ahhhhhhh... ...ahhhhhhh... Ahhhhhhhhhh... Ich glaube nicht über die Scheiben, Alter, das wird dumm gemacht. Ja, wie viel sollen das sein? Achso, ich soll nicht vom Dach schweißen. Ja, was soll das denn? Oh! 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 Ok, es bleibt auch gespeichert. Alles auf. 25, hallo? Ach, der lebt noch hier drauf. Der ist schon gestorben. Nein! Oh, ne, die. Ich muss mich selber runterfallen. Kleine Puder, die da hängt. Fühle ich ihn da runter? Ja, was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Das ist besser. Ja, was ist das? 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 das geht mir so auf den sack gerade ich finde auch nichts wo kommt er denn Ja, du hast recht recht, ne? Ja, okay, ich vermisse mich hier. Es ist nur der Dicke, ne? Nein, hier noch. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Nice! Use the stragglers to net me some B-roll. Freestyle! Komm her! Ich muss meine Wolverine klauen. Hier. Scheiße, ey. Ich bin ausgewischen. Jetzt ist die Musik aus, klar. Ich hinterlasse einen Kommentar. Was denn die Bööku ist? Oh mein Gott, Alter. Warte, was ist hier? Ja, ich geh in die Flamme rein, aber schnabulieren noch was. So was. Ich kann nicht mal gleich legen, hä? Ich weiß nicht, ob die jetzt auch in der Mitte sind, oder? Ich weiß nicht. Ja, die Stadt ist in totalem Quarantin. Aber es gibt Ruhm an Emma-Jones, andere Survivors, Essen. Was? Bestie? Ich weiß nicht, dass du nicht sagst, dass wir das Team verbrechen. Ja, geiles Teamwork, ne? Das Geilste macht's. Alles klar. Nobel-Peace-Prize für unsere Leben-Saving-Dokumentarien. Ich mach das nicht für dich wieder. Du hast genug, um deinen großen Splash zu machen. Hm, okay. Ich muss das auch editieren. Wenn wir nur ein Video bekommen, dann muss es poppen. Aber nicht streamen irgendwelche Gold hinter mir. Clickbait, ja. Schön viel Clickbait. So, es war nicht aber einmal durch, weil ich hab nicht mehr... ...die... ...die Sachen dafür. Ach, da hab ich den gar nicht gesehen. Uaaah. Ich hab's nur angerannt. Au, au, au. Ah, 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 ah. Was denn? Ist da da auch irgendwo? Junge. Oh, oh, oh. Ach, hier ist er. Ach, hier ist er. Hier ist er. Wir verpacken. Okay, dann würde ich sagen den Reparier mal, das geht ja voll viel Kohle drauf. Oh, ist der, ah okay. Oh, ist denn der runter gesetzt worden? Junge. Recyceln, Recyceln. Oh, die hakt es scheinbar besser, ne? Oh, die können Flammen machen. Geil. Okay, wir haben das. Ey, haben gar nichts. 173. Ist das krank? F2. Okay. Schlachterei hat das. Okay. Aber wenn ich die einmal auf Elektro schütze, geht gar nicht anders mehr, ne? Ja. Review. Come on, mit Feuermann. Ah, woher ist das? Klingels. Was ist das? Da geht es total. So. Dekir. Okay, das ist dann wieder bei Dr. Reed. Ist das ein Doktor oder wie? Darlin, tis ich, der Hörer der fucking Stunde. Hallo? Kann man vielleicht was kaufen? Hallo? Oha! Das ist geil. Was hat der denn? Ach, krank. Boah. Ah, Stufe 8 erst. Wir sind Stufe 7, ne? Ja, okay, die war nur Stärke 48, ne? Ja, so. Ich habe gerade nur hier das gesehen und dachte mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Sicherung. Wir brauchen Sicherung. Man kann auch Sachen verkaufen, alles klar. Ah ja, klar. Ja. I'm just trying to help here. I'm a guy who can get this. Da liegt immer noch, da ist. Da ist ein Herrloch von Kai. You know? That right. Well, once I see what we're missing, could we have me giving you a list. Bestie! Bestie! Das ist 4K, komm mal, komm mal. Are you winning, Bestie? This is the face of winning, Mandy. How's the vid? Well, I'm not satisfied just yet. Like you were great. But my videos missing that something something to bring it all together. And other news, the old lady says I've got to keep it down. And I'm going a little crazy from boredom. And all my online peers are dead and they didn't invite me to their big party they were throwing in the first place. But you know, aside from that and the end of the world. I'm going to bed. Hello. I'm going to bed. I'm going to bed. I'm telling you. Whatever you want. Anything I can get you, I got you. I draw the line of people. But animals? Easy. Illegal luxuries? Piece of cake. Fancy cars. Rock boat. Lady woman. Okay, we're going right. Go away. We're gold. I made contact with CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a quack in Santa Monica. We have to pack light. We? What's this we? Get this. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Really? The world needs a savior. I'm it. And you're hitching a ride on my coattails, et cetera, et cetera. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Look, I'm high on adrenaline, hope, and a smidge of pant-blasting terror. But we can get out of here. All of us. Together. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Yeah, I can't. But you can. A dash of jaunty whatnot, right? I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. Oh, come on. He's hooked line and plonker. He had his chance. Don't make me beg like him. I'm trying to save you. This is too big. I'm not doing anything till I've talked to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Right. I'll drop the committee. But remember. I'm not begging. Äh. Like that. Level 8. Jawoll. I can't be done. We have to kill you. We have just everything on the floor. I don't know why. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Let's do this. What is that for the moment? What's that for the moment? Is everything new or what? The death in their face. The death in their face. Let's do it. Let's do it. Let's do it. erst mal so lassen michael wer ist michael hier ist keiner yo michael ja wer etwas hier alles hier aufgefüllt ich gehe mal runter das michael Felle, du hier? Ah, lol. Kennt man den auch irgendwo her? Ich komm da ja bekannt vor, irgendwie. Gibt's hier einen? Michals Room. Ah. Hey, Mikey? Two. Ich hoffe, du würdest mich haben. Ich? Ich? Oh, das Mädchen. Und dann, nachdem sie alles gemacht hat. Nein, nein, das ist es. Es ist Zeit, dass wir ein Gespräch haben. Woah, berhenti. Oh, du bist fest. Wo ist Michael? Gehen. Nein. Wirklich? Was hast du erwartet? Er war die Stiftung, Denise, Joe, Sam, und plötzlich, Poof! Er ist geschrieben. Wo ist er? Geh! Somewhere. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt jemanden in dieser Nuthouse nicht behaupten, zu diesem Selbstverständigen... Hey! Du musst nicht sprechen über sie. Okay? Du musst nichts über Emma. Does jemanden? Okay, wir müssen Michael finden. Warum? Warum? Weil es kein mir im Team ist. Wir brauchen ihn. Wir brauchen alle. Hm. Ich wundere, ob er... Er hat seine Kieße nach seinen Platz in den Hohen. Great! Die ganze Tour. Gott bewegt in ein paar... ... wirklich mysteriöse Weise, manchmal. Pardon, mein Gott. Oh, Mikey, Mikey. Dammit. Bleib zurück, bevor du wissen, dass ich weg bin. Mit Michael. Und ich verspreche. Für Michael. Jolly good. Ich war ja fast da gewesen. Mann, die habe ich gar nicht gesehen. Der sitzt einfach nur hier rum. Ich verspreche. Das ist was ich mache. Ja, was ich wollte jetzt sagen. Wir machen den Cut. Wir machen hier am nächsten Mal weiter. Wow. Oh nein. Oh, wie süß. Nur vier Jahre hat er gelebt. Ob das echt ist? Das könnte echt sein, ne? Same. Lovey, Merry. Könnte echt sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hau rein. Bis dahin. Ciao.